zurück aus der sommerpause und bocky das erste was du mir gesagt dass wir haben direkt service news service die kategorie ich mag die ja gerne du christian ja irgendwie immer viel zugespielt oder hast viel rausgesucht und ich kann mich einfach berieseln lassen von daher finde ich das wäre so das wäre so ein guter einstieg jetzt um wieder so den groove zu finden in dem podcast game hier starten wir doch einfach damit auf jeden fall hat es einen gegebenen anlass warum ich das vorbereitet habe und zwar wir sprechen ja heute auch über die letzten drei wochen was so los war wo wir jetzt sommerferien gemacht haben ist natürlich nicht alles an uns vorbeigegangen und eine sache über die wir dann auch sprechen müssen ist so die veranstaltungslandschaft schwierigkeiten für breiten sportveranstaltungen keine helfer und veranstaltungen werden jetzt abgesagt oder finden dieses jahr noch statt aber werden nächstes jahr auf jeden fall schon nicht mehr stattfinden können und sowas und in dem zusammenhang hat lena ja auch einen blog geschrieben und ich hatte noch mal einen blog geschrieben dazu was eigentlich so los ist in dieser triathlon veranstaltung szene und da kamen ein paar nachrichten die haben gesagt ja wir würden super gerne bei kleineren veranstaltungen starten wir wissen einfach nur nicht wo wir die finden die sind irgendwie bei google tauchen die nicht auf wenn man hier in der umgebung nach veranstaltungen sucht und so weiter und so fort und es wäre super schön wenn es eine website geben würde wo man alle triathlon veranstaltungen in deutschland auf einen blick finden würde und diese seite gibt es eigentlich gibt sie schon immer und zwar auf triathlon deutschland.de das ist die website von der deutschen triathlon union also vom dachverband da findet man alle veranstaltungen die es in deutschland gibt also von challenge und ironman hin bis zum hinterdorf triathlon der mit 20 leuten auf der wiese stattfindet solange er genehmigt ist bei der dtu auf jeden fall ist der kalender pickepacke voll mit triathlon veranstaltungen also auf triathlon deutschland.de gibt es ein reiter im menü der heißt wettkämpfe und unter wettkämpfe gibt es den veranstaltungskalender und da findet man alle veranstaltungen die es gibt und da kann man sich dann frei bedienen und sich irgendwo anmelden und das auch für teilweise richtig günstiges geld wo man dann gar nicht irgendwie mehrere hundert euro dafür ausgeben muss irgendwo in triathlon machen zu können und das wollte ich gerne bevor wir jetzt im podcast gleich dann einsteigen in die letzten drei wochen noch loswerden weil das was ist wo glaube ich vielen mit geholfen ist ich hatte überlegt ob wir einfach mal so ein paar beispiel triath uns rauspicken die wir vielleicht vorstellen aber das wäre der sache jetzt auch nicht so richtig gerecht geworden von daher wenn ihr noch auf der suche nach wettkämpfen seid die auch abseits der ganz großen bühne stattfinden dürften dann findet ihr das da auf dem veranstaltungskalender von triath und deutschland.de und das war das was ich noch loswerden wollte bevor wir jetzt gleich loslegen. Das ist mal eine supergute Service News, also das mal das mal sogar vielleicht war das sogar die mit einer der ersten wirklichen Service News die wir hatten, was nicht irgendwie im Projekt vorgestellt war oder so, sondern das ist ja jetzt wirklich ein Service für alle die nicht wissen wo man diese Events findet und das beste daran finde ich ist, dass es von dem offiziellen Verband ist, weil so musst du dir auch keinen Kopf machen, ist die Veranstaltung genehmigt, bin ich Startpassinhaber und riskiere den möglicherweise wenn ich bei nicht lizenzierten oder nicht genehmigten Veranstaltungen starte, also die Diskussion gab es ja auch mal vor ein paar Jahren vor allen Dingen hier im Kölner Raum und so ist alles tippitoppi, da drauf gehen, Veranstaltung raussuchen, günstiges Startgeld zahlen, kleinen Veranstalter supporten und einfach Spaß haben und racen. So sieht es aus, genau. Pass auf, ich habe noch eine Idee, ich habe noch eine Idee. Jetzt Service News aus dem Weg. Ich würde sagen, bevor wir richtig dann den Deep Dive in den Podcast machen, machen wir jetzt schnell die Werbung, dann ist die auch aus dem Weg. Können wir gerne machen. Dann ab in die Werbung. Werbung. Und zwar habe ich was entdeckt, Nick. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir sind ja abgetaucht gewesen die letzten drei Wochen und da ist sicherlich auch einiges an dir vorbeigezogen, wie auch an mir. Jedenfalls Aesthetic Greens, unser Partner, hat was gestartet und zwar zusammen mit Rieck Zabel, dem Radsport-Fetischisten. Ich würde sagen, ich glaube, dass Rieck übrigens der bekannteste deutsche Radfahrer ist. So in der Breite. Würde ich auch sagen. Naja, unabhängig davon hat Aesthetic Greens und Rieck gemeinsam auf Strava eine Challenge gestartet, in der geht es darum, im Monat August, komplett im ganzen Monat, 300 Kilometer Rad zu fahren und wer das schafft und an dieser Challenge teilgenommen hat, der hat die Chance, ein paar richtig coole Preise zu gewinnen, unter anderem eine geführte Radtour von unseren Allgäuer Freunden, dem Gruppetto Allgäu. Das ist ja auch eine der Sachen aus dem Konglomerat des Allgäu-Triathlons. Da gibt es so eine Rundfahrt durch die Alpen, die gibt es zu gewinnen. Wert von über 1.000 Euro, inklusive dann Starterpaket von AG1 und es gibt auch noch andere Sachen zu gewinnen. Ein signiertes Trikot von Rieck, ein signiertes T-Shirt von Rieck. Ich weiß nicht, ob die Sachen getragen sind, ich könnte es mir gut vorstellen. Kann man auswählen, wie viel Schweiß ist noch drin? Alles inklusive AG1-Startup-Pakete, also wer was gewinnt, der hat auch ein Startup-Paket AG1 gewonnen. Wir verlinken dieses Mal in den Shownotes den Strava-Link, also beziehungsweise die Strava-Challenge, an der man teilnehmen muss von AG1 und Rieck. Dann kann man da auch nochmal alle Informationen nachlesen, wie man sich auch die Chance sichert, einer von den zehn Gewinnern am Ende zu sein. Und wer ein bisschen was über Athletic Greens wissen möchte, der kann das bei uns im Blog tun, da kann man alles nachlesen. Darüber findet ihr dann auch die Weiterleitung zur Landingpage, wo ihr Athletic Greens bestellen könnt und AG1 austesten könnt. Und alle weiteren Infos sollten ja hinlänglich bekannt sein von unserer Seite. Das heißt, wenn du jetzt keine Fragen hast, dann würde ich sagen, sobald wir den Podcast beendet haben, geht es raus und die ersten Kilometer sammeln für die Challenge hier. Dass wir dann vielleicht den Leuten die Rennrad-Etappentour wegschnappen können und ansonsten wäre das das von meiner Seite. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich sogar ganz geil für uns oder vor allem für mich, weil ich bis jetzt noch kein fixes neues Ziel habe. Ich habe nämlich im Juli, glaube ich, 40 Radkilometer oder sowas. Also, wenn ich die Challenge rot ab dem 3. Juli ausklammer. Du hast doch danach noch eine Bikepacking-Tour gemacht. Ach ja, stimmt. Stimmt. Guck mal, habe ich schon wieder vergessen. Aber im August habe ich noch null Radkilometer und um das zu ändern, kann ich mir jetzt ein bisschen die Challenge hier nehmen als Motivation. Weil diese Alpentour, die hört sich ganz geil an. Ja, ich kann dir auch mal sagen, wo die lang geht. Tatsächlich habe ich mir mal aufgeklickt. Es geht von Nesselwang im Allgäu über Oberstdorf durch Ötztal, Innsbruck, Zillertal bis zum Wilden Kaiser nach St. Johann bei Kitzbühel. Okay, das ist richtig geil. Ja, also es ist wirklich eine richtig feine Geschichte. Diesmal wirklich mal eine Challenge, die sich richtig lohnt. Und sonst, um jetzt hier die Werbung abzuschließen, athleticgreens.com slash Pushing Limits. Da ist unsere Landingpage, da findet ihr alles zum Produkt. Und damit würde ich sagen, ab rein in den Podcast. Stopp, stopp, stopp. Bevor es weitergeht mit dem Podcast, haben wir noch einmal ganz kurz was in eigener Sache. Und zwar läuft noch bis Sonntagnacht um 23.59 Uhr der Sommerferienschlussverkauf der SSV bei uns im Shop auf shop.pushinglimits.de. ist mit dem Code Sommer oder Summer? Sommer. Sommer, alles groß geschrieben. Sommer 22, alles groß geschrieben. Sommer 22, alles groß geschrieben. Kriegt ihr 22% Rabatt auf alles, was im Shop ist. Also, wenn ihr jetzt den Podcast weiterhört, klickt mal kurz auf unseren Shop, packt euch was in den Warenkorb, deckt euch ein, spart 22% bei der Bestellung. Ab 60% ist es auch noch versandkostenfrei, äh, ab 60 Euro ist es versandkostenfrei. Und damit können wir jetzt dann loslegen. Also, viel Spaß. So ist es. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Sommer 22 ist korrekt. Und damit sind wir dann auch hier richtig drin in dem Podcast. Und, äh, Bocci, du hattest ja einen Post gemacht auf Instagram und die Leute so ein bisschen gefragt, was haben wir in unseren drei Wochen hier verpasst? Und, äh, Lekomio, da kam eine ganze Menge an, an Input, was wir hier, was wir hier behandeln können. Jetzt ist die Frage, womit, womit fangen wir an? Fangen wir an mit, äh, irgendwie Rennen, die wir verpasst haben? Fangen wir an mit den zwei großen Aufregern, Ironman und Dresden? Oder, äh, hast du, hast du noch irgendwas ganz anderes auf dem Schirm? Boah, nee, ich würde sagen, das sind so die Hot Topics gewesen auf jeden Fall. Also, wie gesagt, das, was wir jetzt im Intro schon hatten mit dem Veranstaltersterben, um es so dramatisch zu formulieren, wie es, glaube ich, auch tatsächlich ist, äh, das können wir sicherlich auch noch, äh, angehen, ganz am Ende. Aber ich, äh, würde sagen, das, worüber wir vielleicht am ersten sprechen können, wäre mal diese PTO Canadian Open. Wir müssen ja jetzt irgendwo mit anfangen. Und, ähm, das war ja zumindest mal ein Wettkampf, der statt, der war ja zumindest mal ein Wettkampf, der stattgefunden hat. Und, ähm, hast du es dir angeschaut, erst mal die Frage? Hast du es verfolgt? Äh, ich hab's mir komplett live angeschaut, weil einfach dieses Stardar-Feld so gut war. Und, ich muss auch sagen, das war jetzt natürlich dann eine Geschulde mit Kanada und so, die, die Uhrzeit, wo es gesendet war, wurde, war auch ganz geil. Weil schön abends, du hast alles erledigt, liegst eh auf der Couch und ob ich dann irgendwie im Handy rumdaddle oder, äh, mir irgendwas, äh, im Fernsehen oder Netflix oder sonst was reinziehe, kam das mir sehr gelegen, muss ich sagen. Und, äh, ich fand das Format gut, ich fand die Länge gut, äh, ich fand die, den Sendezeitpunkt gut. Und dementsprechend hab ich's mir von vorne bis hinten komplett reingeknallt. Ja, also, Uhrzeit bin ich auch dabei, ich bin beim Männerrennen, das ist ja nochmal zwei Stunden später gestartet an dem Sonntagabend, also das Frauenrennen am Samstagabend. Da bin ich zwischendurch mal eingenickt, weil es dann, das ging ja dann schon relativ spät in die Nacht rein. Aber, ähm, ja, fand ich, fand ich, äh, auch gut. Die Rahmenbedingungen haben gestimmt. Allerdings muss ich sagen, ich hab ja jetzt so den direkten Vergleich zu den Rennen Frankfurt und Rot, die ich auch beide am Bildschirm nur verfolgt hab. Und so richtig, was rübergekommen ist nicht. Also, es war sportlich natürlich ein krasses Rennen und auch spannend zu verfolgen. Also, diese Rennkonstellationen, die da waren, das war super spannend. Also, es war Triathlon auf Weltklasse-Niveau logischerweise bei den Starterfeldern. Das hat Bock gemacht. Aber so dieser, der Spaß beim Schauen, der kommt halt auch dann dazu, wenn du siehst, da ist richtig Stimmung und da geht irgendwie was ab und so. Also, und da war es halt so, du denkst dir, okay, da fahren die, die besten Triathleten der Welt auf diesen Distanzen, machen da einen Wettkampf. Und dann fahren die durch eine Geisterstadt oder eine Geisterkulisse, wo wirklich gar nichts los ist. Und, klar, der Zieleinlauf, da war dann eine schöne Tribüne aufgebaut, das hatte dann so ein bisschen, ähm, World Triathlon-Series-Charakter. Aber sonst war das schon irgendwie eine sehr anonyme Geschichte. So, also, mir hat so ein bisschen der Charakter gefehlt, wenn ich jetzt so daran denke, was für ein Charme halt bei Veranstaltungen da ist, wie, klar, Frankfurt Rot ganz vorne weggeschoben. Oder dann auch Allgäu-Triathlon und das Rennen, was jetzt dann noch auf die Triathlon-Szene ja zukommt, das, das ist halt eine andere Lebendigkeit irgendwie. So, das war halt sehr, sehr clean. Das hatte viel von World Triathlon-Series. Ja, absolut richtig. Also, ich verstehe genau, was du meinst. Ich meine, ich habe jetzt nicht den direkten Vergleich, großartig, weil ich die Rennen halt, also, bis auf Frankfurt habe ich auch ein bisschen am Bildschirm verfolgt, aber jetzt Rot war ich dann dabei. Aber du hast absolut recht. Man hat ja auch immer bei diesen Übertragungen so Außenmikros und hört dann auch trotzdem, wenn da Fans stehen und irgendwie angefeuert wird. Und ja, das ist schon immer geiler, wenn sowas los ist oder mal Hotspots kommen und sowas und da war wirklich nichts. Also, auch so die Radstrecke, da stand halt keiner und es war halt einfach, ja, wie auf so einer gesperrten Strecke. Das war auch, glaube ich, so ein bisschen das, was mich bei diesen, bei diesen PTO-Sachen auf den Rennkursen, so Miami, Clash Miami, Daytona und sowas, das war ja relativ ähnlich. Das heißt, ich glaube, ich war auf dieses Format und diese nicht vorhandene Stimmung auch eingestellt. Also, ich wusste, ich wusste, was kommt und wie es sich anfühlt, wenn ich es schaue. Und bei mir war es wirklich so, dass ich dann gehypt war, einfach nur aus dieser schieren Dichte von den Profis und diesem unvorhersehbaren Race, was irgendwie, was irgendwie kommt. Und was bei den Frauen, glaube ich, dann noch offener war als bei den Männern, zumindest erst mal auf dem Papier. Und bei den Männern hat es sich ja dann so entpuppt, dass es irgendwie doch noch viel mehr Twists und Turns hatte, als man sich irgendwie hat erträumen lassen. Und von daher war mein Fazit dann trotz dessen ziemlich geil, muss ich sagen. Aber logisch, ich habe auch, ich weiß gar nicht, mit wem ich drüber gesprochen habe, ich habe mit Johann drüber gesprochen. Ich habe gesagt, ey, wenn du so ein Rennen mit der Besetzung in eine Stadt wie Hamburg knallst, irgendwie wie die WTS oder sonst was oder in London oder also, du weißt ja, bei welchem WTS-Rennen viel los ist, dann ist da, glaube ich, dann geht da richtig was. Voll. Also ich fand das auch cool. Also mir hat es auch Spaß gemacht, das zu schauen. Das war halt nur so ein bisschen, dass, wie gesagt, der Geist hat noch gefehlt. Ich glaube, das ist aber so, vielleicht so, dass, wenn es ein Problem bei der BTO gibt, dann ist es vielleicht noch das, dass halt so ein bisschen die Geschichte und die Historie fehlt. Weil das ist ja dann auch irgendwie immer das, was Dinge besonders macht. Also Rot ist ja auch gewachsen über 40 Jahre oder fast 40 Jahre. Und Frankfurt gibt es jetzt auch schon mehr als ein Jahrzehnt. Und Algoit-Rihadon ist ja auch so ein Kult-Ding, was es seit Anfang der 80er gibt und so. Und ich glaube, das braucht einfach Zeit, dass sowas dann so einen Punkt erreicht, dass es halt auch einfach Leute anzieht und zu Magneten wird. Weißt du, sowas wie Wimbledon oder keine Ahnung, was man jetzt alles an Beispielen aus anderen Sportlern noch nennen könnte. Das sind ja auch so historische Dinger. Und die Historie der BTO, dass sie zwei, drei Jahre alt sein. Und die ist in einer Zeit von Corona entstanden. Da ist halt noch wenig Beziehung zwischen Leuten, die Triathlon verfolgen und der BTO da. Und das kann noch kommen. Ich hoffe, das kommt noch. Weil anderer Punkt, den ich aufmachen möchte. Ich bin nämlich auch sehr gespannt. Das habe ich mir jetzt vor allen Dingen bei Kanada gedacht. Das ist ja das erste Rennen von dieser PTO-Tour gewesen. Da kommt ja jetzt noch Amerika. Jetzt ist noch der Collins Cup. Und da geht es ja immer um viel Geld. Verdammt viel Geld, was sie an Preisgeld auch zahlen. Und die PTO muss ja auch ein Interesse haben, dass irgendwann Geld verdient wird mit dem, was sie machen. Also klar, es gab jetzt schon ein Age Group Startfeld und sowas. Und vielleicht vermarkten sie auch schon irgendwelche Senderechte. Aber so richtig bekannt ist da nichts. Aber irgendwann muss auch Geld in den Laden wieder reinkommen. Und im Moment geben sie ja einfach nur viel Geld aus. Und ich hoffe halt, dass das passiert. Also dass irgendwann genug Geld reinkommt, dass die PTO dabei bleibt. Weil sonst könnte das auch ein Ding sein, wo nach zwei, drei Jahren einfach gesagt wird, okay, wir haben gesagt, wir nehmen 10 Millionen Dollar in die Hand, schießen das über drei Jahre in den Triathlon rein. Und wenn wir dann nichts zurückkriegen, dann lassen wir es sein. So, weißt du? Und ich hoffe, dass das nicht passiert. Das ist für den Sport. Und die Profis schon super, super wichtig und gut ist, dass es das gibt. Also die machen ja verdammt viel für die Profis, für den Sport und geben richtig Gas auf allen Kanälen. Und das wäre halt gut, wenn das so bleibt. Definitiv. Aber dann ist halt auch so, also genau das, was du beschrieben hast, sehe ich eins zu eins so. Und vor allem dieses mit diesen Zuschauern, dass sie es etabliert und, und, und. Da ist ja so die Frage, wie kriegst du das hin? Und erst mal die Frage, die ich mir da gestellt habe, ist, warum machst du das dann irgendwie in Edmonton oder sowas? Wenn man jetzt guckt, WTS, ist da jetzt, wenn das WTS-Rennen ist in Edmonton, ist da jetzt der Bär los. Also ich hätte dann, keine Ahnung, ich hätte mir halt geguckt, wo sind WTS-Rennen, wenn ich das so angehe, wenn ich jetzt die PTO gewesen wäre. Und wo ist wenigstens mal, dass du sagst, das ist geil von den Zuschauern, da gibt es offensichtlich viel Triathlon-Interesse. Und dann hätte ich versucht, das in die Städte zu bringen. Ich weiß nicht, ob das passiert ist. Und dann vielleicht ist in Hamburg kein Slot mehr oder in London oder ich weiß es nicht. Aber das wäre mein Hintergedanke. Und dann musst du ja versuchen, das Event noch mehrere Jahre an diesem Standort und immer wieder dort stattfinden zu lassen, dass ich halt auch, was du beschrieben hast, dieses Interesse auch bilden kann. Und das ist ja eigentlich das, was dann der Schlüssel ist. Und wenn ich das über drei, vier Jahre mache, dann habe ich eine realistische Chance. Wenn ich das jetzt aber irgendwo hinknalle, wo offensichtlich wie in Edmonton nur eine Handvoll Leute Bock drauf haben und die sind vielleicht noch eingeladen und sitzen dann auf der VIP-Tribüne im Zieleinlauf und gucken das Rennen da auf dem Screen, aber sonst passiert nicht viel, dann ist die Frage, ändert sich das in drei Jahren? Also ist da jetzt in drei Jahren, wenn das Rennen noch zweimal stattfindet, ist dann die Strecke voll oder sind dann irgendwie 150 Fans mehr da? Und das ist ja dann schon das, was auch entscheidend ist am Ende des Tages. Ja, wir werden sehen. Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz spannender Punkt, wo das Ganze steht. Also ich finde es super gut, dass es das gibt. Mir macht das richtig Spaß zu verfolgen, was die PTO so auf die Beine stellt, weil es halt einfach, es sind so viele neue Sachen. Und so natürlich ist jetzt das Triathlonrad nicht neu erfunden mit Schwimmrad verlaufen, aber so auch wie sie es darstellen und wie sie auf Social Media kommunizieren, was sie mit den Profis alles machen und so. Das finde ich einfach cool. Das macht richtig Spaß. Und von daher ist es gut, dass es das gibt und ich hoffe, dass es das noch lange geben wird. Da bin ich aber sehr gespannt. Bin ich voll dabei. Ich habe noch eine Frage an dich, beziehungsweise die Frage ist gar nicht von mir, sondern die Frage ist von Bradley Weiss. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Der hatte eine Insta-Umfrage gemacht. Gestern war es, glaube ich, so ein bisschen kontrovers. Und hat es auch so formuliert und hat gesagt, alles, was die PTO macht, genau wie du, ist super geil, super wichtig, mega cool. Aber der Collins Cup, hat er so eine Umfrage gestartet, ist es cool oder ist es irgendwie der größte Scheiß, den du machen kannst und einfach a waste of money, hat er geschrieben. Weil er gesagt hat, da ist dann Mitteldistanz, du hast irgendwie ein Ranking Langdistanz, zählt mehr für eine Mitteldistanz, wo du startest. Dann gibt es Captain's Pick, das heißt, nicht jeder kann irgendwie starten. Es ist dann nicht so offen, es ist dann irgendwie Elitera. Dann in Samurin, also er hat es nicht ganz begründet. Das sind jetzt einfach mal die Sachen, die ich jetzt mal einfach anführe. Aber er hat für sich gesagt, die Kohle, die nochmal ganz besonders beim Collins Cup rausgehauen wird, die könnte man noch deutlich besser einsetzen, um Triathlon zu vermarkten, größer zu machen und, und, und. Wie siehst du das? Ja, das ist nicht ganz falsch. Vor allen Dingen in dem, also ich habe immer ein Problem damit, wenn es irgendwas im Triathlon gibt, was selbst die Triathlon-Szene nicht richtig versteht. Weil dann versteht es ja auch kein anderer. Also wenn schon die Insider was nicht kapieren, dann ist es für Leute, die mit dem Sport nichts zu tun haben, ja unmöglich durchzusteigen. Und dieser Collins Cup ist halt schon für die Triathlon-Szene sehr verwirrend. An sich, also das Format mit diesen Teams und unterschiedlichen Startgruppen und so weiter und so fort, Punktevergabe für die einzelnen Platzierungen in den einzelnen Rennen. Das ist, das mal vorweggenommen. Dann diese Besetzung ist halt schwierig, weil das Ranking halt Langdistanz da bevorzugt. Und diese Captain Picks, hast du ja auch gesagt, ist auch irgendwie immer so ein bisschen schwierig zu durchsteigen, wie werden die getroffen? Und du hast ja auf der einen Seite jetzt diese PTO-Tour, die total gepusht werden soll und sich in den nächsten Jahren entwickeln soll. Und dann noch diesen Collins Cup. So, das sind ja beides PTO-getriebene Dinge. Aber warum gibt es dann zwei? Also welchen Wert hat die PTO-Tour? Oder ist der Collins Cup nachher wichtiger? Gehört das noch irgendwie zusammen? Sind zwei komplett separate Dinge. Warum wird in Collins Cup mehr Preisgeld reingeblasen als in die anderen Geschichten? So, das ist halt total, keine Ahnung. Das sind genau die Sachen, die ich ja nicht verstehen kann. Und deswegen finde ich das, also deswegen, um die Frage von Bradley Weiss noch kurz zu beantworten, bin ich auch kein, wäre ich jetzt kein Befürworter, den Collins Cup voranzutreiben, sondern eher zu sagen, so komm, wir nehmen das und machen vielleicht ein, also ich meine, das ist ja auch Europa. Wieso macht man da nicht den PTO-Tour-Europe-Stop in Samurin, wo halt dann auch wieder mehr Profis starten können. Gleichzeitig Samurin, ITU-Langdistanz-Weltmeisterschaft über die gleiche Distanz vom Collins Cup. Also das ist so verwirrend, dieses ganze Samurin-Wochenende. Ja, das ist, ja, finde ich immer, bin ich nicht so Fan von, von solchen Sachen. Warst du ja letztes Jahr auch schon so verwirrend. Ich unterschreibe alles eins zu eins, was du gesagt hast, aber ich habe eine Vermutung. Die haue ich jetzt einfach mal raus. Und zwar meine Vermutung ist, es sollen ja fünf PTO-Races am Ende werden. Aktuell sind es ja zwei mit Edmonton und US Open und dann dem Collins Cup. Und meine Vermutung ist, dass der Collins Cup letztes Jahr das erste Mal ausprobiert wurde, um irgendwie mal so ein Leuchtturm-Event zu haben, um was zu schaffen, was auch medial neu ist, was du pushen kannst, was du hypen kannst, was nach außen größer aussieht, als es war, wenn du da warst. Was vielleicht auch große Investoren anziehen kann, weil das ist irgendwie, du kannst denen erklären, ey, das ist wie der Riders Cup beim Golf. Und das kennen diese großen Unternehmen, die irgendwie viel Kohle haben. Und das ist vielleicht so aus dieser einfach nur Vermarktungssichtweise gar nicht so dumm. Und dann ist jetzt meine Vermutung, dass wenn diese fünf Rennen etabliert sind und die geschaffen sind in 2023, dass du dich für den Collins Cup, also das war eine Vermutung und meine Hoffnung, nur noch qualifizieren kannst bei diesen fünf Rennen und nur bei diesen fünf Rennen Punkte sammelst. Sodass es nicht das gesamte PTO-Ranking ist, sondern dass der Collins Cup darin gipfelt, irgendwie am Ende der Saison ist, vielleicht wie Hawaii oder danach oder davor oder was weiß ich. Und dass diese fünf Rennen davor sind und dass du dort Punkte sammeln kannst oder dich qualifizieren kannst oder für dein Team qualifizieren kannst bei diesem Event. Weil dann hast du für die Profis einen Anreiz. Irgendwie Collins Cup gibt nochmal mehr Kohle. Es ist vielleicht irgendwann ultra geil vermarktet und überall gezeigt und vielleicht wird das Konzept dieses Jahr auch schon runder. Wissen wir ja alle noch nicht. Und du hast halt fünf Qualifikationsrennen, aber die lohnen sich ja schon alle für sich selbst, wenn es dann eine Million Preisgeld gibt. Und so wäre es für mich dann ein schlüssiges Konzept. Und das ist so meine Vermutung, dass es dahin geht. Ob es wirklich so wird, keine Ahnung. Aber das wäre so, ich habe mir halt überlegt, was soll das und was können die damit vorhaben? Und das wäre meine Idee. Weil, wie du sagst, warum soll es sonst fünf PTO Races geben? Überall auf der Welt. Und dann gibt es noch diesen Collins Cup, der so, ja, da kannst du Punkte bei einer langen Distanz in Texas sammeln, die mehr wert sind, als wenn du die Canadian Open gewinnst. Wo man denkt so, hä, das passt ja auch für das eigene System nicht so ganz übereinander. Und da bin ich gespannt, wie das Ganze ausgeht und ob es so kommen wird, wie ich jetzt gesagt habe, oder ob ich komplett falsch liege. Auf jeden Fall ein interessanter Gedanke. Was ich auch irgendwie ganz spannend finde, ist, dass Samorin offensichtlich zum Nabel der Triathlon-Welt wird. Wenn man sich vorstellt, stell dir mal vor, Samorin wäre eine Person. Und man hätte der so, würde der jetzt erzählen, ja, weißt du eigentlich, dass du gerade der angesagte Ort im Triathlon bist? Wahrscheinlich würde die Person sagen, hä, keine Ahnung, was ist denn Triathlon? Und in Samorin besteht die wahrscheinlich gar nicht, was los ist. Wenn du Samorin eine Person geben würdest, wer wäre das für dich? Kennst du dieses Video, was es bei YouTube gibt, wo dann irgendwie so fünf Jugendliche stehen und sagen so, hi, ich bin der Jens, ich bin auch dabei. Und dann ganz am Ende kommt dieser besoffene Typ, sag so, ich bin der Werner und ich bin auch dabei. Das ist Samorin für mich. Samorin ist an der Triathlon-Welt auch dabei. Oh Gott, das ist, das ist eine, so eine gute Beschreibung hätte ich jetzt nicht, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte jetzt gesagt, ich hätte jetzt gesagt, Samorin, das ist unser Armin aus dem Podcast, der mit dem E-Bike und der Warnweste. Ja, ungefähr so, das ist so, in Rot sagt, Felix Weishöfer, Challenge Rot, ich bin auch dabei. Und dann kommt irgendwie Hannes Blaschke, Algotreder und ich bin auch dabei. Und dann gibt es noch irgendwie einen auf Hawaii hier, Kaido Okoda, ich bin auch dabei. Und dann, ich bin Samorin, ich bin auch dabei. Richtig besoffen. Ich glaube, ich bin auch dabei. Keine Ahnung, was hier passiert. Morgen habe ich auch wieder alles vergessen. Ja ey, dieses Jahr gab es zwei große Highlights in Samorin. Einmal dieses Challenge-Championship-Ding. Ja. Und jetzt Collins Cup und ITU. ITU Long Course Weekend, ja. Schon verrückt. Verrückt. Samorin, wer hätte das gedacht? Ich habe es nicht kommen sehen, dass Samorin mal so wichtig wird im Triathlon. Ich habe es auch nicht kommen sehen. Ich hoffe nur, dass sie nicht versuchen, Hawaii den Rang abzulaufen mit Samorin. Das wird schwer. Das wird schwer, ja. Auf jeden Fall wird dann, das, was du in deinem letzten Blog geschrieben hast, so wo ist Hang Loose hin. Ich glaube nicht, dass du Hang Loose nach Samorin kriegst. Nee, das stimmt allerdings. Habe ich eigentlich die Geschichte mal erzählt, wie ich mit Philipp Seib nach Samorin gefahren bin, in dem Jahr, wo Sebi da gestartet ist? Du hast mir erzählt, ich weiß nicht, ob sie im Podcast kam, wo ihr außerhalb, weil in der EX Bionics 4 kein Hotelzimmer mehr frei war und ihr außerhalb ein Hotel hattet und die Besitzerin komplett besoffen war und ihr saß und euch eingecheckt hat. Genau und das Check-in war so, dass wir mit der ein Bier trinken mussten und die Bierflasche hat sie aufgebissen. Also sie hat den Kronkorken mit den Zähnen abgemacht. Das war mein erstes Erlebnis in Samorin. Ich bin Samorin und ich bin auch dabei. Passt ins Bild, würde ich sagen. Passt ins Bild. Komm, wir machen weiter. Wir haben gerade fast die Überladung geschafft. Wir sind schon sehr weit im Podcast jetzt, aber ich will noch einmal unserem Auszubildenden, ich glaube mit dem fünften Platz in Edmonton, hat er direkt ein Lehrjahr übersprungen und ich würde ihn ins dritte Lehrjahr befördern. Ja, das ist natürlich berechtigt. Also generell mit seiner Saison bis jetzt hat er das verdient. Ja, nur um das einfach noch kurz zu behandeln. Fred, geil, mega. Der Vollständigkeit halber, ja. Einfach nur, um es drin zu haben. Es ist schon wichtig, dass wir das mal kurz noch hier, ne? Ich weiß gar nicht, ob er bei so viel Prominenz, die er mittlerweile erreicht hat, überhaupt noch unseren Podcast hört. Das weiß ich gar nicht. Achso. Meinst du? Weiß ich nicht. Kann sich ja mal melden. Wie viele Fehlstunden hat er denn eigentlich? Hast du da mal nachgeguckt? Führst du das Konto? Nee. Der reicht aber immer so einen Krankenzettel ein. Ich glaube, die Unterschrift von seiner Mutter fälscht er. Naja, was willst du machen, ne? Gelbem Schein können wir nichts machen. Okay. Nächstes Thema. Kommen wir zu den Aufregern. Wir sind ja jetzt schon irgendwie bei Wettkämpfen und sowas. Nehmen wir Dresden oder nehmen wir Hawaii? Was fühlst du mehr gerade? Nehmen wir zuerst Hawaii. Okay. Also. Was ist dein Aufreger schlechthin mit Hawaii? Also ich habe, ich bin jetzt, der Aufreger war ja, dass Hawaii angekündigt hat und das als Great News verkauft hat, dass Hawaii nächstes Jahr, also 2023, wieder auf zwei Tage Männer, Frauen gesplittet, aufgeteilt wird, sonst was. Für mich ist das jetzt ehrlich gesagt noch kein Aufreger, weil ich überhaupt noch nicht weiß, wie ist das Konzept jetzt überhaupt. Das Einzige, wo man sich stark drüber aufregen kann, ist halt, dass wahrscheinlich klar ist, dass es nächstes Jahr auch wieder ein Mayhem wird mit Hotelpreisen, weil die Insel einfach limitiert ist, was nicht nur am Pier die Fahrradstellplätze angeht. Deswegen haben sie es auf zwei Tage gesplittet. Aber was natürlich auch vor allen Dingen Unterkünfte angeht. Und das ist so, wo ich sage, boah, viel Diskussion, dass dann geschrieben wird, es will nur noch was für Reiche und sonst was. Und wenn die Preise so bleiben und das weiterhin so hoch ist, weil es so voll ist, dann würde ich das komplett unterstreichen, weiß auch noch kein Mensch. Vielleicht ist es dieses Jahr eine Mischung aus, alles ist überbucht und Corona und die Leute wollen oder die Hoteliers müssen Corona-Kohle zurückhaben und haben deswegen jetzt die Chance gesehen anzuziehen. Ich weiß es nicht, kann ich nichts zu sagen, aber die Gefahr ist natürlich da und die Aufregung sehe ich. Ich werde es aus Ironman-Sicht, kann ich es verstehen, mehr Kohle machen, mehr Starter und und und, alles auch nachvollziehbar. Ich glaube halt von Ironman war es wieder genau das, was auch Lena in ihrem Blog hatte. Blöde, nicht so clevere Kommunikation. Ich glaube, es wäre cleverer gewesen, erstmal jetzt abzuwarten, wie wird denn jetzt dieses Zwei-Tage-Event und wenn es am Ende irgendwie dann doch cooles Feedback kriegt, dann anzukündigen. 2023 bleibt es bei diesem Zwei-Tages-Ding, das jetzt vorher zu machen, wo eh schon viel Diskussion war, das habe ich nicht verstanden, warum das so gemacht wurde und ja, du am Ende, für mich ist es so, ich habe allen gesagt, die mich auch darauf angesprochen haben, ich würde mir jetzt erstmal angucken, wie ist das denn jetzt wirklich und wie sind denn die Zuschauerzahlen, wenn man mal in den Livestream irgendwie reinklickt, beim Frauenrennen am Donnerstag und dann beim Männerrennen am Samstag. Ist da ein Job, ist das Interesse gleich hoch, wie ist nachher das Feedback der Athleten, die vor Ort waren, wie ist das Feedback der Fotografen, die vor Ort waren und erst dann kann man sich, glaube ich, wenn man es dann noch selber verfolgt hat, abschließend eine Meinung bilden, wie das denn jetzt so ist. Alles andere vorher sind jetzt nur so Mutmaßungen und da ist, glaube ich, auch schon irgendwie viel drüber gequatscht worden, auch ja von uns schon an anderer Stelle. Das ist so meine Einschätzung gerade. Ja, voll, ich bin auch gespannt, wie es jetzt dann tatsächlich wird im Oktober so. Wie du es schon sagst, Infrastruktur ist, glaube ich, klar, dass sie vollkommen überlastet sein wird. Die war ja in den letzten Jahren schon vollkommen überlastet, weil Corona überhaupt nicht für so viele Menschen ausgelegt ist auf einmal. Ich meine, selbst die Supermärkte waren halt irgendwann ausverkauft mit den Sachen, die Trialäten halt so kaufen, so den wichtigen Dingen. Keine Ahnung, wie sie es dieses Jahr machen wollen, wenn plötzlich doppelt so viele davon da sind. Mietwagen war immer schon ein Thema. Jetzt gibt es schon fast keine mehr, beziehungsweise nur noch für mehrere tausend Euro. Alles, was du aufgezählt hast, ist absolut richtig. Und das ist halt am Ende einfach schade, so für die Leute, die, glaube ich, diesen Traum von Hawaii haben und die dann aber sagen, okay, sportlich habe ich es vielleicht drauf, aber ich kann es mir einfach finanziell nicht leisten, was ja, glaube ich, auch nachvollziehbar dann wäre. Weil willst du so einen Trip dann alleine machen oder wenn du, weiß ich nicht, gute Freunde hast oder Family, die bereit wären mitzufahren, willst du die dann mitnehmen. Aber ob man dann, weiß ich nicht, 20, 25.000 Euro bezahlen will, dafür kann ich mir, also gibt es bestimmt und das ist dann auch, ist ja jedermanns Sache, wenn er das macht und Geld dafür ausgibt. Aber es ist natürlich schade, wenn der Kreis der Leute, die es sich leisten können, kleiner wird. So erstmal. Absolut, das ist die größte Gefahr für den Sport auch und für auch das Erlebnis Hawaii und für den Stellenwert von Hawaii. Ich meine, das, was du geschrieben hast, es gibt Leute, die machen es, es gibt auch Leute, die haben sich qualifiziert, haben 1.000 Euro für den Startplatz bezahlt und fliegen nicht hin, weil sie sagen, ich kann es mir nicht leisten, da ein Hotel zu buchen und einen Mietwagen zu buchen, beziehungsweise es gibt auch nicht mehr irgendwie was oder es gibt ja keinen Mietwagen mehr, gibt es genauso. Oder das Beispiel, dass irgendwo früh Leute sich qualifiziert haben, Hotels gebucht haben, die dann einfach storniert werden und einen Tag später wieder bei Booking drin sind für einen sechsfachen Preis. Ja, so Sachen sind halt einfach bitter für alle Beteiligten, glaube ich. Und aus Fanperspektive finde ich es halt auch einfach anstrengend, wenn es zwei Rennen gibt, also ganz egoistisch gesehen, weil ich kenne mich ja, ich werde beide Rennen verfolgen, ich gucke mir beides an, weil ich halt auch sehr interessiert bin und das auch verfolgen möchte, das heißt, ich werde auf jeden Fall in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und in der Nacht von Samstag auf Sonntag komplett mir die Rennen angucken, sowohl Frauen als auch Männer, aber dürfte ich es mir aussuchen, dann wäre ich natürlich, hätte ich das natürlich lieber alles in einem Rennen, würde mir die Sache erstmal einfacher machen und von daher mal gucken, ob sich das bewährt, so richtig vorstellen kann ich es mir irgendwie jetzt, ja, ich kann es, aber ja, ich kann es mir nicht vorstellen, aber es ist auch egal, dass ich es sich vorstellen kann. Ja, also ich bin auch gespannt, auch wie es ist, wenn man beides verfolgt, sagt man auch, vielleicht nach dem Frauenrennen, vielleicht kriegt das Frauenrennen auch mehr Aufmerksamkeit als das Männerrennen, weil alle erstmal hyped sind auf Hawaii, Bock haben, gucken das Frauenrennen, dann so, boah ja, acht Stunden war ganz schön lang wieder. Nee, kein Bock, das am Samstag nochmal zu machen. Ich gucke den Schwimmstart und gehe dann irgendwann, wenn die aufs Rad gehen, ins Bett. Also es wäre zu hoffen, dass das Frauenrennen richtig spannend wird. Das wäre, glaube ich, wichtig dafür. Weißt du, wenn es jetzt dann so ein, gab ja auch die Rennen, wo Daniela Rief halt relativ schnell irgendwie eine Lücke von 10, 12 Minuten hatte und die wird dann im Rennen eher nur noch die ganze Zeit größer. So und wenn das passiert, dann ist es halt dann lame. So, dann sitzt du da und dann, klar, hast du vielleicht ein bisschen Glück mit der Kameraführung, dass dann dahinter so ein paar Passierungskämpfe abgehen, aber es wäre halt cool, wenn, weiß ich nicht, Laura, Daniela, Anne, so die Protagonisten dann da irgendwie ein richtiges Rennen draus machen, was dann Spaß macht zu verfolgen und was dann auch unvorhersehbar wird, weil Daniela und Laura vielleicht einen knappen Vorsprung vor Anne haben und die läuft aber dann irgendwie jeden Kilometer fünf Sekunden schneller und kommt immer näher ran und so, weißt du, so, dass du es auch gucken willst und musst, um mitreden zu können. Das wäre cool fürs Rennen, aber das ist Spekulation. Das wäre richtig cool. Mal schauen. Das wäre richtig cool fürs Rennen und um vielleicht auch mal zu versuchen, da einen positiven Aspekt rauszunehmen. Das Ganze ist natürlich auch, ich hoffe, dass trotzdem bei den Frauen sowie auch bei den Männerrennen die gleiche Livestream- und Kameracrew im Einsatz ist, wie sonst für das eine Rennen, nur dass sie sich jetzt komplett aufs Frauen- bzw. komplett aufs Männerrennen konzentrieren können. Das heißt ja, dass in den Verfolgergruppen, in der Verfolgergruppe 2, also irgendwie es gibt eine Spitze, da kann eine Kamera sein, Verfolgergruppe 1 kann eine Kamera sein, Verfolgergruppe 2 und Verfolgergruppe 3. Das heißt, dass irgendwie vier, fünf Kameramotorräder draußen sind, wie sonst auch, aber die alle auf einen Rennen sich konzentrieren. Das heißt, du siehst auch dann mal viel mehr, was passiert denn jetzt dahinter und siehst nicht irgendwie zwei Stunden lang Daniela Rief von der Seite, wie sie durch die Lava fährt. Genau, das kann passieren. Das erhoffe ich mir, was Positives passieren könnte, dass du halt durch mehr Fokussierung auch ein interessanteres Rennen siehst, weil du wirklich mal siehst, was passiert denn dahinter. Weil auch wenn Daniela weg ist vorne, kann ja sein, dass die Plätze 2 bis 10 ultra spannend sind und wenn das dann eingefangen wird und gezeigt wird, dann ist es auch wieder cool zuzuschauen. Voll. Was auf jeden Fall ein Gradmesser dafür wird, also nehmen wir mal an, Anne oder Laura gewinnen das Rennen. Ich glaube, beide haben die Chance dazu. Dann wäre ein Gradmesser, um zu überprüfen, ob das Konzept funktioniert, am Freitagabend die Tagesschau zu gucken, um zu sehen, ob die Tagesschau darüber berichtet, dass Deutschland eine Ironman-Weltmeisterin hat. Weil wenn Frodo oder als Patrick oder wenn Sebi gewonnen hat oder dann halt in den Jahren auch immer Anne so irgendwie mit zusammen. Dann wurde darüber in der Tagesschau berichtet. So, weißt du, jetzt müsste man mal den direkten Vergleich haben. Wenn eine deutsche Frau das Rennen am Donnerstag gewinnt und ein deutscher Mann am Samstag, wird dann jeweils einmal darüber berichtet. Weil dann wäre das ja so, wie man sich es erhofft hätte. Irgendwie die Aufmerksamkeit ist einmal nur auf die Frau und einmal nur auf die Männer. Was ist, wenn beide gewinnen und im schlimmsten Fall ist es, also jetzt so nicht persönlich gemeint, aber im schlimmsten Fall gewinnt eine deutsche Frau und Frodo und es wird nur über den Sieg von Frodo berichtet. Das wäre irgendwie super strange. Oder es wird halt dann nur nach dem Männer-Sieg berichtet. Oder es gewinnt eine Frau und kein Mann und es wird gar nicht darüber berichtet. Guter Gradmesser, ja. Ja, also im Triathlon wird über beides berichtet, auch in zugleichen Teilen. Aber was dann halt in der Öffentlichkeit darüber hinaus passiert, das finde ich dann spannend. Also daran kann man, glaube ich, ganz gut festmachen, funktioniert dieses Konzept. Also wird das so wahrgenommen, auch in der Öffentlichkeit über den Triathlon hinaus, dass es halt zwei gleiche Rennen sind an unterschiedlichen Tagen und so. Aber ja, da kann man ja mal ein Auge drauf werfen. Da kann man mal ein Auge drauf werfen. Finde ich einen sehr interessanten Ansatz, ein Auge drauf zu werfen. Allerdings muss dann auch viel passieren, dass dann halt auch wirklich im Optimalfall eine deutsche Frau und ein deutscher Mann am Ende oben steht. Allerdings, man könnte ja auch mal schauen, je nachdem, woher der Sieger auch kommt, wird in dem jeweiligen Land irgendwie in dem relevanten Medium dann an dem Tag entsprechend darüber berichtet. Das sollten wir einfach mal im Auge behalten. Finde ich sehr spannend, weil das natürlich ein guter Indikator ist. Funktioniert die Begründung, die man jetzt ja anbringt, warum was gesplittet wird, auch wirklich nicht nur in der Bubble Triathlon, weil da wird eh über alles berichtet. Das ist komplett egal. Sondern funktioniert das halt auch in den übergeordneten, großen, relevanten Medien dann. Exakt. Ja, coole, gute Idee und gute Gedanken. Ja, und sonst würde ich sagen, lassen wir einfach Hawaii mal auf uns zukommen. Ich bin vor allen Dingen auch gespannt, wie so auch in unserer Bubble, in den Fachmedien, die Berichterstattung sein wird. Im Vorfeld ist es so gemixt oder ist es auch erstmal da nur die Frauen und dann ist nur ein Tag Männer. Berichterstattung oder ist es so, ja, jetzt konzentrieren wir uns aufs Frauenrennen. Dann ist ja irgendwie aber der eine Tag dazwischen, das heißt, das ist ja Nachberichterstattung Frauen und Vorberichterstattung Männer. Also ist dieser Samstag so jam-packed und voll, dass man gar nichts mehr checkt, weil irgendwie einen Minutentakt Nach- und Vorberichte rauskommen? Oder verteilt sich das in der Race-Woche über alles, wie gewohnt? Also wie wird da die Aufteilung sein? Das ist ja, haben wir selber auch noch keine Ahnung, wie man wie, was, wo machen kann. Das hat man ja gemerkt bei den ersten Ideen, die wir hatten. Da dachte ich mir, ah ja, so, an dir geht ja doch nicht, weil da ist ja dann das Frauenrennen, da das Männerrennen und der Erzählstrang, den man sonst so hatte, der funktioniert halt nicht mehr. Genau. Ja, und das ist so, das ist das, wo ich auch gespannt bin. Wie löst es ein Trimarkt, wie lösen das andere Medien und ja, genau. Ja, voll. Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen. Haben wir das Thema auch hinter uns. Haben wir noch Dresden? Ironman Dresden, ja. Ja, Lena hat ja, glaube ich, einen ganz guten Blog geschrieben und es gab, äh, es gab viel, 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 viel Kommentare, Gerede in sozialen Medien vorab irgendwie schon mit Gerüchten und Radstrecke ändern und, äh, ja, es war so, irgendwie kann man sagen, Dresden war ab zwei Monate vorher, bis es dann zur finalen Absage kam, die Nummer eins Gerüchteküche und immer pures Chaos und es gab nie klare Ansagen seitens Ironman. So, das, das kann man mal kurz zusammenfassen. Dresden war so die Bild-Zeitung unter den Triathlon-Veranstaltungen, so. Ja, es wurde ja sogar in der Bild-Zeitung noch einmal berichtet. Ja, richtig. Das war, ja, komisch. Ich habe auch gar keinen, ich weiß gar nicht, was man da so richtig noch so zu sagen soll, weil ich ja auch dazu habe, es ist alles dazu gesagt und ich bin halt gespannt, ich meine, heute, wir nehmen ja jetzt dann auch Freitag am 5. August den Podcast auf und heute soll ja dann auch die Info von Ironman kommen, was jetzt ist. Also, die haben ja das Rennen abgesagt, ohne, also, ohne zu sagen, was denn jetzt ist, sondern, ja, okay, wir sagen uns ab, ciao, wir melden uns nächste Woche nochmal. Wir haben zwar, wir haben alles von euch, ihr habt das Problem, ihr sitzt auf euren Hotels, ihr könntet vielleicht auch nicht mehr studieren, aber, ja, ja, wir gucken mal, wir melden uns nächste Woche dann nochmal bei euch. So, das ist halt auch, ja, also, in vielerlei Hinsicht ist Dresden richtig doof gelaufen, kann man sagen. Ja, in ganz vielerlei Hinsicht, also, ich glaube, dass, 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 das, das, wo ich als, ich meine, ich bin da außen vor, ich habe kein Geld investiert, sonst was und kann das, du ja genauso, wir können da ganz nüchtern drauf blicken einfach, aber was bei mir genau diese Unverständnis hervorgerufen hat, war so, okay, ey, es kann ja Probleme geben mit der Genehmigung, es kann Probleme damit geben, damit, jede Veranstaltung hat irgendwo Probleme, wenn es eine Genehmigung für eine Radstrecke ist, ist das natürlich ein größeres Problem, ähm, aber wenn ich das, oder das, das ist ja den Veranstaltungen bewusst und die Strecke wurde schon zweimal vorher getauscht oder dann das dritte Mal, dann wird eine E-Mail rausgeschrieben, hier, alles okay, Radstrecke ist gefunden, kann losgehen, packt eure Sachen. Und das irgendwie eine Woche vorm Rennen, wo offensichtlich intern ja aber schon klar war, dass, ähm, dass, dass das alles noch auf der Kippe steht, dann zwei Tage vor dem Rennen postet James Mitchell, der offizielle Ironman-Fotograf ist, äh, ja, hier, äh, Dresden findet nicht statt, die haben uns schon hier alle, schicken uns schon alle zurück, ähm, das heißt, es war ja dann offensichtlich schon zwei Tage vor der offiziellen Absage klar, dass das Ding nicht stattfinden wird, da frage ich mich zum einen schon einmal, warum kommuniziere ich nicht da und wenn es, da wird es ja vorher auch schon Diskussionen gegeben hat, dann gebe ich doch wenigstens eine Info raus an die, an die, an die Teilnehmer und sage, ey, das Ding steht auf der Kippe. Ja. 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 Ja.